Ich bin bewaffnet und bereit für den nächsten Kampf, ich spür das Adrenalin und meine Gegner Angst, sie haben größere Zähne und dickere Haut, manche spucken Feuer, andere haben Gift in ihrem Maul, aber ich hab jeden Test bis hier geschafft, wegen ein paar Kannivoren mach ich sicher nicht schlafen. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einer leichten, naja, ungerisslichen Uhrzeit für einen Samstag, aber zu einem weiteren Community Crunch. Heute geht es im neuen Community Crunch um, ich sag mal ein paar Informationen, eine Sache, die fand ich sehr komisch, also es geht zum Beispiel darum, den dritten Dino für Fjordor also abzugeben und ich muss ehrlich gestehen, ich hab das überhaupt nicht mitbekommen, dass überhaupt das gestartet ist, habt ihr das mitbekommen? Also ich mein, ich mach die Crunches jeden Samstag und ich hab irgendwie nicht mitbekommen, dass das gepostet worden ist, also wir gehen auf jeden Fall mal rein und schauen uns das Ganze erst einmal an und dann gehen wir in die Übersetzung. So, also hier sind wir im Community Crunch 296, Holiday Loot, Kreaturen, Submission and more. Also hier haben wir ein bisschen was zu Lost Island, dann haben wir Healing mit der Kreaturenabstimmung für Fjordor und wir haben hier diesen Holiday Loot, den man irgendwie gerade mit Plygies und dem ganzen Kram bekommen kann. Und das Evolution Event haben wir auch noch ganz normal bis zum 14. Dezember, ne genau, vom 14. und das erste Mal wegen Weihnachtsevent, genau, also klar, ist halt normal, dass da kein Evolution Event ist. Okay, wie ist das ein geiler Screenshot? Also ein geiles Bild. Hier unten sind nochmal, wie gesagt, Fanbilder. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung, wenn ihr euch irgendwie die downloaden wollt oder irgendwas in der Richtung. So, ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mal mit dem ersten Minitext und danach gehen wir zum Fjordor-Bereich. So, also, was haben wir denn hier? Der erste Text war Lost Island und das Winter Wonderland sind live auf PC, Xbox und Playstation. Jo, haben wir gerade so mitbekommen nebenbei. Wenn du auf dem PC bist und versuchst, einen Freund davon zu überzeugen, in das ARK-Universum einzusteigen, ist dieses Wochenende der effekte Zeitpunkt. Spiele ARK, Survival Evolved kostenlos auf Steam bis Monat, den 20.12. um 10 Uhr PST und du kannst ARK Survival Evolved auf Steam auch mit 67% Rabatt auf den regulären Preis abholen. Das heißt, Leute, wenn ihr auf dem PC mal ARK testen wollt, habt ihr jetzt gerade eine gute Möglichkeit und natürlich danach auch noch eine gute Möglichkeit, das günstiger zu bekommen. So, kommen wir zum Teil, den ich sehr überraschend finde, das mit den Fjordor-Kreaturen ist. Die Einsendung von Kreaturen für das kommende Fjordor-DLC wird am Montag um 6 Uhr PST geschlossen. Nach Montag wird das Forum geschlossen bleiben. Bleibt dran für kommende Ankündigungen über den Abstimmungsprozess. Also, Leute, wer es vom letzten Mal noch kennt, ja, wir gehen jetzt mal hier drauf, also der Link hier auf diesen Submation. Diese Kreaturen hier kann man abgeben, also einreichen und dann wird abgestimmt und am Ende kommt eine Kreatur, die die meisten Votes hat, haben wir bekommen. Und die haben wir zum Beispiel, wenn wir jetzt mal sortieren, kann man das machen, nach Most Viewed. Und hier haben wir zum Beispiel das Bison, hat sehr, sehr viele Votes aktuell. Das ist das, wie hieß das? Ice Age Castle. Hier, das hier. Das Bison hat super viele Votes, das ist relativ weit oben. Aber auch hier zum Beispiel den Titanoceraptor, der Anti-Giga-Siege-Beast. Haben wir hier ein Bild zu? Aber der lädt es nicht oder wir haben hier kein Bild zu? Okay. Und der Kacher natürlich, der beim letzten Event ja auch ganz knapp nicht gewonnen hat. Ich glaube, der war, glaube ich, Zweiter. Der auch sehr geil ist, auch dieser ist hier wieder mit dabei. Also, Leute, abstimmen. Stimmt ab für den, den ihr halt haben wollt, ja. Einfach hier im Forum anmelden. Man kann einfach hier sich einen Account machen, wenn man noch nicht angemeldet ist. Oder hier auch mit Xbox starten, bla bla bla. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Oder einfach schon, wenn man schon einen Account hat, hier einfach anmelden. Und dann abstimmen, ja. Ich will mal ganz kurz meine Abstimmung starten. So, Leute, ich habe mal ganz kurz Korrektur gelesen. Natürlich, ihr müsst euch jetzt noch nicht anmelden zum Abstimmen, ja. Also, man muss den Satz ja auch richtig erst mal lesen. Die Einsendung von Kreaturen, wenn das kommt, die DC wird am Montag geschlossen. Nach diesem können wir dann abstimmen, ja. Ich denke mal, diese Votes, die hier noch dran sind, die sind vielleicht schon vor der letzten Abstimmung wahrscheinlich noch. Weil man kann ja nicht irgendwo voten. Es gibt noch keinen Button dafür. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Sucht euch, wenn ihr einen Dino habt, den ihr vorschlagen wollt, schlagt ihn gerne vor. Ihr wisst, ihr müsst es ungefähr so machen wie hier. Ihr müsst denen halt einen Namen geben. Ihr müsst euch einen Text dazu überlegen. Ihr müsst ein Bild mit rein posten. Falle ich auch so ein paar bisschen so Funktionen mit rein posten. Also, könnt ihr auf jeden Fall machen. Oder euch auch mal ein bisschen vorinformieren, welche Dinos hier auf jeden Fall es insgesamt vielleicht nichts geben könnte. Da mache ich auch schon mal so ein bisschen mit anfreunden. Dann habe ich, wie gesagt, ein paar Jahre gerade angeguckt. Das sind halt super viele. Aber es sind echt coole Sachen dabei. Also, mal gespannt, was das dritte Tier für ihr führen würde. Und ihr könnt ja mal die Kommentare schreiben, Leute, welchen dieser Dinos würdet ihr gerne auf Fiatur sehen. So, dann haben wir noch den Ark Holiday Loot. Wo haben wir es? Wir sind im Geiste des Gebens und haben ein paar Ark Beutegegenstände für die Weihnachtszeit gebunkert. Wenn ihr die Gelegenheit verpasst habt, ein Dodo-Plüchtier oder ein Nocklen-Plüchtier oder einen Nocklen-Hut zu ergattern, habt ihr in der Weihnachtszeit reichlich Gelegenheit dazu. Es gibt verschiedene Möglichkeiten an der Verlosung von süßen und niedlichen Beutestücken teilzunehmen. Mit einer Spende von 5 Euro oder mehr an die Kindheitsorganisation Extra Life nehmen sie an der Verlosung teil. Spenden müssen sie auf der Studio Welker Extra Life Spenden Seite getätigt werden. Eine Bild-Einreichung auf Twitter mit dem Hashtag, Hashtag, was ist, ArkXmas Loot. Eine Einsendung eines Bildes in der Community, Crouch Thread. Wir wollen Bilder von euren Zimmungen in der Lost Island, euren Dinos in Eventfarben, eurer Fan-Kunst, euren Ark-Weihnachtsdekoration oder Videos von euren Ark-Weihnachtserlebnissen sehen. Seid kreativ. Die Regeln sind einfach, macht es an, macht es arg und macht es episch. Jeder Gewinn erhält ein Dodo-Blühtier, ein Nocklen-Blühtier oder ein Nocklen-Hut. Das heißt, Leute, wenn ihr da mitmachen wollt und nochmal wie 5 Euro spenden wollt an die Extra Life Organisation, habt ihr hier den Link und auf Twitter das Ganze mit einfach Hashtag, Xmas Loot posten. Oder halt in diesem Community-Crunch Thread, das ist im Prinzip ein Update hier unten drunter. Hier kann man auch Sachen posten. Ja, also zusammengepasst vom Community-Crunch haben wir ein sehr hübsches Bild. Nein, wir haben auf jeden Fall Lost Island Aktives. Wir können auch Kreaturen einreichen. Das ist für die meisten eher uninteressant, weil ich kann jetzt keine Kreatur vorschlagen. Ich kann keine Kreatur mir ausdenken. Ich habe da Menschen, glaube ich, zu unkreativ für. Aber, Leute, das wird heißen, dass wir demnächst das Voting starten werden und entscheiden dürfen, welche Kreatur wir wirklich in Fjordur noch bekommen sollten. Und das finde ich eigentlich relativ geil. Daher würde ich sagen, ja, und das so unter, wie man hier halt gewinnen kann. Also, Leute, euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dennne. Ciao. Ich weiß, das war's, aber bleib beim Start. Zocken wir noch eine Runde Survival-Arc oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News leicht und smart. Haben zu jedem Problem mein Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.